Hab ich gesagt, ich gehe auf Screenhand? Ja, aber nein, Tipo und die vier großen Geister. Ich fühle die gleiche Weise über Tipo, als ich über die vier fühle. Wenn du es so sagen möchtest, ist die Weise, wie ich sie behandelt habe, ist ziemlich insensitiv. Hm? Was ist falsch? Nein, es ist nichts. Ich kann nicht aufhören, dass ich in ein Zeitpunkt in diesem Zeitpunkt aufgewachsen bin. Ach, Mensch, die Greifersung. Bisch, äh, Weithändigkeit. Gut. Komm, Tipo, sag was. Oh Gott, hab ich die Monsterbeine schon wieder vergessen? Oh Gott, hab ich die Monsterbeine schon wieder vergessen? Huch, Mensch. Haut ab, ich will jetzt grad nicht campen. Das habe ich im letzten, denk ich, schon gerade. Ich will jetzt einfach nur dahin auf den Questen. Ganz einfach. Und dabei noch ein bisschen mit mir. Wir haben schwarze Federn, wo ich, by the way, auch mal wieder hingehen sollte. Um zu gucken, ob ich nur genug habe, die ich eintauschen kann. Beziehungsweise ich werde einfach mal alle, die ich habe, dann eintauschen. Um zu gucken, ob es reicht. Aber irgendwie habe ich verpasst, dass diese Otter vorne Kessel heißt oder so. Wie auch immer. Moment, das kann ja eigentlich ganz schlecht überprüfen. Ja, Labarekisten. Mhm. Schön. Äh, der war noch ziemlich neu und dann habe ich auch erst mal aufgehört. Für ein paar Wöchchen und dann kann man sowas schon vergessen. Spezialen, Alter. Ich brauche noch so viele Materialien für die verdammten Shops. Kann man die Materialien sonst für irgendetwas anderes noch verwenden? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Nein, blub dich woanders hin. Blub du dich da hinten auch woanders hin. Vielen Dank. So, Geode. Ich leuchte hier mit mir auch noch mit. Wow, wow, wow. Zum Glück nicht rot. Das reicht mir aus. Los geht's. Zum Glück nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das hört auf mich zu. Whatevern? Aber jetzt... Was ist das? So! Das hört auf mich zu blocken. Danke! Okay! Geil! So... Verbrecher... Stahlrauf... Zechrein hat schon die Silber für... Na, whatever... Natürlich muss da noch einhauen... Ich hab doch gesagt, ich hab genug gekämpft... Ich hab'n Biest auf meiner Seite... Ihr solltet's besser alles lassen... Was hab' ich eigentlich mit ihm hier noch alles? Hidelfank... Aufstehende... Fuck... Handfleckenschlag... Wasserschwung... Und das war's, okay? Ich glaub, wenn man einen neuen Spruch hat, kann man auch nicht überspringen... Jedenfalls konnte ich erstmal die ganze Zeit nicht X drücken... Deswegen geh' ich davon aus... Moment mal, da ist ne Truje, die ich noch nicht aufgemacht habe... Wie kann ich nur? Hm... Wie auch immer ich die übersehe... Übersehen habe... Ist doch grad egal... Ich will jetzt nur hier durch... Ach, Händler, hallo... Ihr Shops aufwerten tue ich irgendwann in der nächsten Stadt... Frühestens... Na Barikas... Hehehe... Jetzt wieder ganz noch unten gehen... Ich glaube, hier ging's noch unten, oder? Ja, hier noch befehlern... Baum... Sitz... Oh, fuck... Jedenfalls war Nelie so ein Typo relativ weit unten... Och, Mensch... Und im nächsten Part werde ich dann auch irgendwie... Oder er sollt bei der nächsten Aufnahmestation dann gleich mit... Irgendwie... ... wieder mal das Aussehen unserer Charaktere ändern... Echt nicht so viel Glitzer hier jetzt... Pff... Okay... Och, wieder nach da ganz unten... Jetzt mal ohne... Gott, der hat sich sowas ausgedacht... Warum kann ich von hier nicht runterspringen? Ich könnte doch normalerweise schon... Größere Höhlen nur runterspringen... Ja, ja, ja... Ihr könnt labern, so viel ihr wollt... Ihr werdet mich sowieso nicht erwischen... Und wenn auf Rückblick, dann nicht... Weil ich mich diesmal teleportieren kann... Mein Gott, ist das nicht toll... Ja, höh... Genau so habe ich auch erledigt... Okay... Ich sehe... Ich sehe... Ich bin gespannt, ob die hier durchkommen, ohne einmal zu kämpfen... Ich glaube, hier scheitert sie jetzt schon... Ha! Nööööö... Aber hier? Nööö... Ach ja, hier waren ja Elise und Elven eingesperrt... Dich nehmen wir wieder mit... Säckchen... Ach, runter kann man gleich hier geradeaus, oder wie? Äh... Bin ich der Meinung? Bin ich für... Jaaa... Überwisch mich nicht! Szene? Jaaa... Geschafft! Jaaa... 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 Ja... 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 Gute Frage... Keine Ahnung... Du greifst mich nicht an! Ich hoffe, wir haben hier irgendwie genug erlebt. Steht denn nur so rum? Geht, klar. Oh, ich halte mich mal kurz. Es müsste hier nämlich alles gewesen sein. Geht nämlich noch mit. Wenn ich das noch nicht habe, war ich hier wahrscheinlich auch noch nicht drin. Doch, hier war ich schon drin. Okay. Mysteriösen Perl. Gut, dann können wir ja wieder nach Xandu zurück. Ich guck mal kurz auf meine schöne Liste. Und die Zeit. Ja, das kann ich auch machen. Ja. Geht, klar. Auf zum südöstlichen Aufzug. Okay, jetzt weiß ich, wen Elven besuchen wollte. Oh Gott, welche Stadt der bitte? Die sind doch nur neben. Äh, das ist doch der südöstliche... Quatsch, südwestliche Slavik. Mein Gott. Dann auf die andere Seite. Südöstlich. Oh Gott. Ist der unten oder ist der oben der Aufzug? Oh. Alles klar. Dich nehmen wir gerne. Ich bin gespannt, wie lange die Szene dauert. Hallo. 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 Wenn du's gut! Hi. It's nice to see you, Balin. Slipped out of your house to come play, did you? Eh, what? What a shame that Alfred isn't here to play with you now. Where did that boy go off to? Alfred... Is that Elven? What is she talking about? Leticia, Alfred's away at boarding school, remember? Oh, yes, that's right. That poor boy must be crying his eyes out. He's so shy, and he always gets so lonely. Don't worry. He sent a letter saying he's fine. Oh, yes, and that he'll come home for his next break. I promised we'd take a trip on the big boat when he does. I know. Alfred said he can't wait to go. You know what he said in his letter? He said he hoped that I wasn't crying. Isn't that funny? He's such a kind, thoughtful boy. I'd see his eyes too much from him. I'd see his eyes too much from him. to the house we all lived in. Maybe she's happier now that she's forgotten all about that life. Oh. You've been doing all this for your mother? Yep. All these dirty jobs, it was all for mommy. Touching tail, isn't it? Alvin, you don't have to be like this. Spare me your sympathy. It's all rotten in the end. It's enough to drive me crazy myself. Oh. Oh. Excuse me. Got something to say? Hey. Where's Leia? Listen. You know that I was an orphan too, right? If I hadn't gotten involved in that line of work, I never would have survived my childhood. In other words, don't say anything to Jürgen. Also, I don't want to look after Leticia anymore. And I want you to tell Exodus to leave me alone. I'm afraid I can't do that. Only Exodus can make the medicine my mother needs. And you're the only doctor shady enough to prescribe it. I don't want to do this anymore. I want to go straight. Sorry. But I think it's a fair price for keeping my mouth shut. How could you? All I want is to live happily with Jürgen. And you can. As long as he doesn't find out about your past. All done. But she's crying. Yeah, she's a big old crybaby. Man, Elvin. I don't think so. We're just gonna leave her like that? If you're so worried, go console her. Comfort the poor tragic princess. What is this? Okay, dann gibt es jetzt noch Kontroller. Warum hast du dich auf einmal abgeschaltet? Hallo? Oh, du Scheiß. Geht doch. Die Batterien raus und wieder rein. Obwohl sie gerade neu sind. So. Alles Leerchen. Die nächsten Zeitquests sind eigentlich so weit groß. Mindestens zwei in der Arena. Also gehe ich da auch mal hin. Werd sie aber noch nicht machen. Die sehen wir dann erst im nächsten Part. So, du hast uns zu der Arena gemacht, oder? Ja. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch. Äh. Ja. Arena. Arena. Also, zwei in der Arena und dann haben wir noch eine. Ich würde sagen, ich speichere dann mal hier. Ihr seht da schon zwei Ausdruckzeichen. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich werde euch ש Programs apprehend dar. Bis zum nächsten Mal. features meinem Training. Vielen Dank.